Hallo Leute, ich mal wieder. Zwei, drei Sachen, die ich sagen wollte. Nummer eins für alle Leute aus Berlin, die nicht in der Facebook-Gruppe sind und es da noch nicht mitbekommen haben. Nächstes Wochenende, Datum blende ich hier ein. Bin ich in Berlin mit Motorrad, werde in Berlin trainieren. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr aus der Gegend kommt, schreibt einen Kommentar unten rein. Ich sage euch dann, wann und wo das Ganze stattfinden wird. Würde mich freuen, wenn ein paar Leute aus der Hauptstadt dazukommen und einfach mal ein bisschen mitspielen, wenn ihr da Bock drauf habt. Das Zweite, ich habe einen neuen Platz gefunden. Schaut euch das mal an, Leute. Yay! Von daher, ich kann wieder zweimal die Woche trainieren. Yay, super, da freue ich mich natürlich. Ich habe heute zum Üben die GP3 nochmal gemacht. Die hatte ich ja verpasst, da habe ich ja nicht mitgemacht. Ich habe die einfach mal aufgebaut, ein bisschen mit rumgespielt. Ich hoffe, wir sehen uns in Berlin, Leute. Bis dann, tschüss. Ich habe heute zum Üben die Woche. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020